Ich sitze im Besucherraum der JVA gegenüber Asiero Rodriguez Santos. Wir hätten Sie gern zu uns in eine Verhörung eingeladen, aber es ist leider nicht gelungen. Sie sitzen hier noch ein bisschen fest. Hallo Esma. Hallo Esma, ich grüße Sie. Hier im Urteil steht, Sie sind zu zwölf Jahren verurteilt worden. Was genau haben Sie dafür verbrochen? Das ist ja eine verdammt lange Strafe. Ich wurde zu zwölf Jahren verurteilt, weil ich einen Goldraub begangen habe, bei dem Schmuck im Wert von 300.000 Euro erbeutet wurde. Ich habe einen Geldtransporter in der Dortmunder Innenstadt geplündert. Da kamen mehr als eine halbe Million Euro bei rum. Wir haben einen Geldtransporter gekauft und verkleidet wie die echten Sicherheitsleute. Wir sind dann zu einem Unternehmen gefahren und haben uns so ausgegeben, als wären wir die echten, um das Geld abzuholen. Wir haben dort mehr als eine Million Euro erbeutet. Und dann wurde ich noch verurteilt wegen dem Besitz eines AK-47 Sturmgewehrs. Asier Rodrigo Santos spricht in vier Folgen über seine kriminelle Karriere und den Moment, als er eine Millionensumme erbeutet. Also man hatte mit mehr gerechnet. Man hatte mit drei bis vier Millionen gerechnet. Ach, Sie waren enttäuscht über die 1,8 Millionen? Ja, ein bisschen. Er gibt Einblicke, wie er sich auf seine perfekt geplanten Straftaten vorbereitet hat. Ich hatte dann einen Tatortschutzanzug an. Ich habe mir die Haare geschnitten, den Bart abgeschnitten, also richtig Glatze. Ich habe alles mit Tesa drum gemacht, Mundschutz, Brille. Also ich war komplett zu. Und er packt über seine Zusammenarbeit mit arabischen Großfamilien aus. Haben Sie denn gegen die anderen ausgesagt? Nein. Warum nicht? Weil das meine Freunde waren. Und sein Doppelleben als Familienvater und Krimineller. Wer sind Sie? Schöne Frage. Wer ich bin? Also ich bin auf jeden Fall jetzt ein anderer Mensch als vorher. Mehr derjenige, der bei der Familie war. Und der andere, der ist Vergangenheit. Vorab nur für unsere True-Crime-Abonnenten. Wie könnt ihr Mitglied werden? Geht einfach auf unsere YouTube-Startseite und drückt den Mitglieds-Button. Gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro erhaltet ihr vorab exklusiven Zugang zu unserem Content. Jetzt ist es finanziellt für unsere Krimineller. In der Wade nach Hause, das ist ein solches Problem. In der Wade nach Hause. Bricht in die Zukunft. Verlust die Zukunft. Vielen Dank.